Was machen wir? Netflix, bisschen. Was guckst du? 365 Tage, mein Lieblingsfilm. Was war das nochmal? I see red, red, fake. Achso, 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 ja, ja. Ja, 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 ist gut. Liebst du Action? Ich bin ja so entspannt. Ich auch. Ja? Klar, ihr macht ja Action, Alter. Drama so? Nee, nur entspannt. Du? Nee, ich mag auch entspannt. Drama so, Stress so, weißt du? Drama ist gar nicht mehr Dingsum. Nee, passt doch gar nicht zu dir. Passt nicht. Nur entspannt, Wallah. So, chillen, entspannt gucken. Ja, ja, sonst nicht. Ich hätte dich auch so eingeschätzt. Das wäre gar nicht so schlimm. Außer entspannt. Was machst du? Hm? Außer entspannt. Was machst du so für Filme? Ähm. Liebesfilm. Was? Liebesfilm. Oh mein Gott, ich liebe dich, ich schwöre, guck mal, Liebesfilm, entspannt und Liebesfilm ist das Beste, was es gibt. Ich schwöre auf alles. Ich lege mich immer hin, ich gucke irgendwas mit Liebe, irgendwas Schönes, ich entspanne mich. Warte, ey, mach doch, du prägst mich. Warum? Hast du mein Lebenslauf irgendwo gelesen? Und tust du das extra ein, auf den du liebst, genau das Gleiche? Nee. Nee. Sie hat Pro gesagt. Ey, hast du grad Pro gesagt? Und jetzt bist du ja die ganze Zeit, Bro. Warte, ich hab nichts gehört. Hast du... Willst du mir was sagen? Wird ja fünf Minuten. Nein. Liebst du Titanic? Titanic war das mit, ähm, da wo das Schiff, ne?